Das letzte ist 2080. Da werde ich ihn jetzt noch einsetzen. Und go. Großen Stand. Marketing. Noch eine große Kampagne. Und gucken wir mal die Game History durch. 38 Millionen Profit, 33 Millionen. Ja, der Profit stimmt ja, aber ich will ein volles 10er-Game kriegen. Ja, das kommt jetzt schon mal gut. 0180 stimmt sogar noch. Der bleibt auf jeden Fall bei Graphic. Christoph Peterson kann auch da bleiben. Und sobald es bei Graphic ist, boosten. Und du benutzt deinen Boost jetzt. Boah, neuer Technology Record, ey. Bringt der Boost hier noch was? Nein. Du kannst schon mal trainiert werden. Dich brauchten wir für Level Design, wenn ich mich recht entsinne. Level Design heißt noch, ja, 100 Technology knapp. Und noch einiges an Design. Riesenhype und eigentlich ganz gute Zahlen. Und dann kriegt die jetzt gleich den Boost. Na klar, könnt haben. 20.000 Fans. Das ist schön. Sobald der Hype droppt, geht's los. Strategy Games. Strategy Games. Das könnte man sich überlegen. Ich hoffe es. Ja, der ist immer ein sechster geworden. So. Du wirst trainiert. Bekommst dein Boost endlich. Ja. Komm, eine 10 ist dabei. Ich spüre. Oder spüre ich jetzt doch nicht? Ne, ich spüre nicht. Ne, glatte 8. Aus dem Game Report. Was brauche ich denn später für Sound? Oh, das verkauft sich aber richtig gut. Boah. Gut, dann kann ich dich, also was bräuchte ich denn für Sound? 560, 300, schade, das wird nicht reichen. Hm, jetzt nochmal schnell. Technology. Oh, Level Design 540 Technology. Kann ich dich wieder vollpumpen? So viel Kohle, wie ich gerade mache. So, du wirst trainiert. Ja, Sound kriege ich dich nicht rein. Hm. AI könnte ich ihn noch. AI braucht größtenteils Technology. Das ist gut. 5 Millionen mal verkauft. Nice. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall wieder ein Polster. 540 haben wir hier. Das heißt, die 360 in Design brauchen wir jetzt. 3. Ja, Boost wird ready. Einen. 3. Du wirst nochmal auf Design gefuchst. 4. 4. 4. 1. 5. 5. 5. gewinnen. Ok, gucken wir mal was reingewinnen war. 77 millionen. Du solltest das Design mal ein bisschen mehr zulegen hier. Du brauchst noch 200 Punkte. Aber der Rest kann in der Zeit eigentlich ein Contract machen. Das sollten die schaffen. Jawohl, die sind alle ziemlich erschöpft. Ah ne, ich glaub da kriegen sie nicht hin. Du wirst weiter trainiert. Kein Wenn und Aber. Trotzdem Large Booth. Ich hab ja nichts zu verlieren. Ja, das schaffen sie nicht. Ich hätte die vorher alle in Urlaub schicken sollen. Ihr Speed ist aber auch wirklich unterirdisch. Ja, alle mal in Urlaub schicken. Die 150.000 geknackten. Du auch in Urlaub. Und dann sie als letztes auch noch. Kannst du in der Zeit researchen. Stimmt. Wir haben nur Loading Screens. Klingt gut. Center Location. So, wir hatten jetzt gerade ein Action Game. Also machen wir jetzt gleich ein RPG. Ah nein, wir machen ein Sequel. Muss ein bisschen weiter Engine sein. Ja, das klingt doch gut. Play System. Mbox One. Und PC. Large Game. Neueste Engine. Und go. Die ist Gameplay. Die ist Gameplay. Also werde ich die jetzt dieses Mal auch auf Gameplay packen. Story und Quests sind 80% Design. Also packen wir ihn da einfach hin. Das muss auf jeden Fall alles so weit wie möglich rein. Und das... komm, das ist auch drin. Ist mir jetzt egal. Geld haben wir im Moment. So. Wenn wir im Spezialgebiet sind, boosten wir sie auch direkt. Eigentlich könnte ich dich ja weiter trainieren in der Zeit, ne. Woraus noch Design und wir stun. Ähm, Level Design, ne. Ja. Komm, gib Gas. Wenn ein Boost schon an ist. Gut. Ja, sehr schön. Kommt auf jeden Fall voran. 180-0. Hm. Dialogues ist 90%. Komm. Können wir noch schlechter da reinsetzen. Dialogues. Na gut. Muss ich jetzt so hinnehmen. Den könnte ich eigentlich gleich mal feuern und einen anderen einstellen, sobald ich die nächste Engine create. Okay. Hi. Wo bist du schon hin? Komm, ne. Miles Verwecke hörst du mal weiter. ja, Graphics bleibt ja auf jeden Fall dabei, Heather Haley ist jetzt schwierig, das ist 60-40.